Ich bin Sebastian Schmidt, Gründer von SleevesUp und auch Geschäftsführer und, wenn man so will, der Erfinder von diesen Coworking Spaces. Das alles hat angefangen, ich eigentlich in einem anderen Unternehmen, das ich damals kurz nach der Uni gegründet hatte. Eher ein Tech-Unternehmen, was so ein bisschen App-Entwicklung gemacht hat und ich damals mit meinen Mitgründern auf der Suche auch nach Bürofläche war. Das Ganze war 2013, also noch wirklich schon vor ein paar Jahren her und zumindest hier in Frankfurt gab es dieses Konzept mit Coworking Spaces so noch gar nicht oder nur sehr, sehr wenig. Und vor allen Dingen, ja, gab es eigentlich, waren alle Coworking Spaces eigentlich eher kleinere, buntere Läden. Wir wollten schon auf jeden Fall eigentlich eine eigene Fläche so für uns haben, wo wir konzentriert arbeiten können. Aber so dieses kurzfristige und auch flexible, das gab es einfach nicht. Wir haben dann angefangen, ganz klassisch eigene Bürofläche langfristig anzumieten. Das Ganze haben wir uns zusammengetan mit noch zwei, drei anderen Leuten. Und so eine Art, ja, kleine Bürogemeinschaft gemacht, damit wir selber nicht eben über die ganze Laufzeit die volle Miete und das volle Risiko tragen mussten. Und natürlich war das Ganze so angelegt, wir haben ein bisschen mehr gemietet, als man eigentlich bräuchte. Denn wir wollten ja wachsen und ja, dementsprechend am Anfang eigentlich mit einem sehr kleinen Team in sehr großen Räumen gesessen. Mussten uns um alles selber kümmern, also Möblierung, Internet, alles selber organisieren. Und ja, dann kam dieses Thema Coworking Spaces so ein bisschen auf. Ich hatte davon gehört, klar, Amerika, Berlin gab es da schon einige. Nur in die anderen Städte war das Ganze noch nicht so weit vorgedrungen. Und hatte mir dann überlegt, was mache ich mit der freien Bürofläche, die ich jetzt hier noch zur Verfügung habe. Und habe dann angefangen, dort einfach auch zusätzlich noch Möbel reinzustellen, so ein bisschen. Infrastruktur war ja schon da. Und habe diese Plätze dann einfach mal ins Internet reingestellt. Monatlich kündbar, sehr günstig, sehr flexibel. Und ohne, dass ich da dann irgendwie viel Werbung gemacht habe, einfach über so ein paar Portale, eBay Kleinanzeigen und so weiter, kamen die ersten Kunden. Also wir mussten gar nicht viel da irgendwie für tun. Wo ich zum ersten Mal so gemerkt habe, hey, hier gibt es offensichtlich irgendwie einen Bedarf und irgendwie einen Markt. Und so fing das an. Das war damals in unserer allerersten Fläche. Ist dann über die Zeit immer professioneller geworden und auch größer geworden. Ja, und heute stehen wir hier mit insgesamt vier Flächen in Frankfurt, werden in den nächsten Monaten noch kräftig weiter wachsen. Haben einige Flächen jetzt schon in der Pipeline, weil wir einfach merken, dass riesig viel Bedarf da ist und das Produkt sich einfach unheimlich gut verkauft im Moment. Also ich beobachte eigentlich zwei Kategorien von Anbietern so im Markt. Das eine sind so die kleinen Coworking Spaces, diese klassischen, sage ich mal, die oft dann Inhaber, Eigentümer geführt sind mit ein, zwei Leuten, die so wirklich so eine kleine Community sind und oft auch ein sehr spitzes oder ein sehr spezielles Konzept haben und damit oft eine ganz, ganz spezielle Nische nur besetzen und wenn es wirklich im super lokalen Einzugsbereich ist auch. Das sind dann halt diese Projekte, die sehr stadtbezogen sind, die in der Regel auch sehr, sehr gut funktionieren, weil es wirklich wie so eine gewachsene Familie einfach ist. Die zeichnen sich aber dadurch aus, dass in der Regel nicht so große Strukturen da sind. Wie gesagt, es macht relativ viel der Eigentümer selbst, muss jeden Tag eben selber in der Fläche stehen, sich um alles kümmern, alles managen. Ist also relativ schwierig, so ein Konzept irgendwie zu skalieren oder größer zu machen. Die haben dann, also solche Anbieter haben dann irgendwie ein oder zwei Filialen mit sehr, sehr viel Herzblut, mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail auch gemacht. Dabei bleibt es dann aber in der Regel. Auf der anderen Seite sehen wir diese klassischen Office-Center. Die größeren Coworking-Space-Anbieter sind eigentlich im Kern auch typische Office-Center, wie man sie eigentlich auch schon länger kennt, mit irgendwie Frontdesk auch und in der Regel sehr, sehr gute Lagen, sehr, sehr hochwertig gemacht, sehr, sehr viel Design, was dazu führt, dass das Produkt, was sie haben, sehr teuer ist und in der Regel hauptsächlich Konzern oder größere Unternehmen als Zielgruppen anbieten. Was ich machen wollte, ist so ein bisschen den Spagat schaffen aus einer guten Community, aus Leuten, die alle gleichermaßen was Eigenes antreibt, die sehr unternehmerisch denken und handeln. Sei es ein Selbstständiger oder ein Gründer oder irgendwie, weiß ich nicht, eine kleine Agentur oder so. Also gar nicht mal so unbedingt nur diese typischen Tech-Startups oder diese schnell wachsenden Startups und gleichzeitig aber auch jetzt nicht so ein Riesenbudget haben wie größere Konzerne, die dann, weiß ich nicht, für so einen Büroraum irgendwie im Monat 3.000, 4.000 Euro mal eben übrig haben. Und mich hat das irgendwie gefuchst, dass es so etwas nicht gab, dass so etwas nicht möglich war und habe dann probiert, eben mit einer sehr schlanken Struktur, sehr schlankem Overhead, trotzdem in der Form ein skalierbares Coworking-Space-Unternehmen aufzubauen. Bisher funktioniert es sehr gut. Wir können also Spaces sehr günstig betreiben, die gleichermaßen aber sehr professionell aufgestellt sind, sehr professionelle Strukturen bieten und somit auch sehr repräsentativ sind, unseren Kunden einmal selber ein professionelles Auftreten ermöglichen und gleichzeitig aber auch einen Fokus aufs Arbeiten und aufs Machen setzen, also eine professionelle Arbeitsumgebung schaffen. Die Fläche hier im Gallusviertel in Frankfurt ist ja unsere neueste, die wir jetzt wirklich ja auch gerade erst eröffnen. Wir haben ja schon drei andere Flächen, die sind alle so ein bisschen außerhalb von Frankfurt verteilt, also einmal in Rödelheim, Sachsenhausen, dann noch auf der Hanauer Landstraße Richtung Osten raus. Die funktionieren auch sehr gut, weil wir merken, dass dort ein sehr großer Einziehungsbereich auch außerhalb von Frankfurt existiert, dass viele unserer Kunden aber auch dort wohnen und dann einen kurzen Weg dorthin haben. Was uns aber so ein bisschen gefehlt hat, war immer so ein Flagship-Space, sage ich mal, so ein wirklich sehr repräsentativer Space, wirklich sehr zentral gelegen, der auch in der Nähe vom Hauptbahnhof ist, wo dann zum Beispiel auch Kunden für Meeting-Raumbuchungen schnell mal mit dem Zug anreisen können. Das war bisher immer so ein bisschen schwierig. Hier im Gallusviertel haben wir jetzt die Situation, dass wir eine sehr interessante Fläche gefunden haben, ein sehr interessantes Objekt mit einem sehr hohen Ausbaustandard, super viel Glas und das ganze Gebäude ist auch extrem professionell gemanagt und eignet sich dahingehend, also eignet sich einmal vom Schnitt her hervorragend für so einen Coworking-Space wie unseren und auf der anderen Seite ist der Standort unheimlich gut, ist super gut zu erreichen, ist immer noch sehr zentral hier, auch direkt auf der Mainzer Landstraße, zehn Minuten zum Hauptbahnhof zu Fuß und ja, deswegen ist das so ein bisschen jetzt, der Space, der unser Aushängeschild wird und so ein bisschen repräsentativ für alle Coworking-Spaces, die wir im Programm haben, dasteht, weil wir eben hier auch damit rechnen, relativ viele Tagesgäste zu haben, so im Rahmen von Konferenzraumbuchungen oder einer Eventbuchung oder wie auch immer. Ja genau, also sowas ist natürlich auch immer noch möglich. Hier kombinieren wir unser Kerngeschäft, die Bürovermietung, ganz klar, mit einem Open Space, der aber auch so gestaltet ist, dass dort 24-7 auch konzentriert gearbeitet werden kann. Der ist bewusst getrennt von Event- und Meetingräumen, eben dass dort sehr wenig Störung nur stattfindet, das heißt, wenn jemand wirklich zum Arbeiten kommen will, findet er hier auch einen ruhigen, fokussierten Arbeitsplatz. Und auf der anderen Seite, räumlich auch abgetrennt, haben wir sehr viele Möglichkeiten, auch für Events oder andere Tagesbuchungen. Also die Einrichtung ist natürlich aus mehreren Gesichtspunkten ganz entscheidend. Einmal ist es mit Abstand das größte Investitionsobjekt, mal neben der Miete, also von der Miete mal abgesehen, aber die Miete ist eigentlich eher Working Capital. Die Einrichtung muss initial einmal angeschafft werden und muss dann lange halten und wenn sie mal da ist, kann man sie eben nicht so schnell irgendwie nochmal anpassen. Dementsprechend müssen wir langfristig darauf achten, um auch unserem Konzept so ein bisschen eine Corporate Identity zu geben, auch bei der Einrichtung darauf zu achten, einen Stil zu finden, der sowohl was die Qualität, das Aussehen, also das Design, aber letzten Endes natürlich auch den Preis angeht, sehr gut zu uns passt. Und deswegen ist die Einrichtung insgesamt, also nicht nur die Möbel, Tische und Stühle, sondern auch alles, was dazu gehört, Bilder an der Wand, Monitore, Whiteboards, Pflanzen, bis hin zu, jetzt sage ich mal, Hockern oder so für den Community-Bereich, ist extrem entscheidend, dass das alles zusammenpasst und dass das vor allen Dingen dann auch so die Corporate Identity unseres Unternehmens erfasst und widerspiegelt. Wir achten darauf, eine professionelle Arbeitsumgebung zu schaffen. Dieses Markenkonzept, was viele andere haben, wo also wirklich sehr teure Markenmöbel irgendwie im Vordergrund stehen, darauf verzichten wir. Es muss gut aussehen, es muss ein modernes Design haben, aber es darf halt auch nicht die Welt kosten. Und so gesehen ist es natürlich entscheidend, dass wir auch einen Partner bei der Möblierung und bei der Einrichtung haben, der das alles versteht und auch im Hinterkopf behält und in der Lage ist, da ein stimmiges Gesamtkonzept zu finden. Denn am Ende des Tages investieren wir sehr viel Geld in eben genau dieses Thema Einrichtung. Und wenn dann was nicht stimmt oder nicht zusammenpasst oder nach zwei, drei Jahren wieder getauscht werden muss, dann ist das ein extremer Kostenfaktor, den wir uns nicht leisten wollen. Also wir bei Sleeves Up richten uns vor allen Dingen an Kunden, die Machertypen sind, die nicht so viel Wert darauf legen, dass jetzt hier ein Markenstuhl von Firma XY steht, sondern der muss funktionieren. Der muss natürlich auch gut aussehen, aber vor allen Dingen muss er seinen Zweck erfüllen. Das heißt, auch bei der Einrichtung, bei der gesamten Linie achten wir darauf, dass es insgesamt relativ minimalistisch ist und wenig Ablenkung hervorruft. In anderen Coworking Spaces habe ich oft das Gefühl, dass es so bunt ist und dass überall irgendwelche Ausweichecken sind und Workshop-Räume etc. etc., dass es fast schon wieder ablenkend wirkt. Wir achten darauf, ein schlichtes Gesamtkonzept zu haben, was modern aussieht, was aber sich nicht selbst in den Vordergrund stellt sozusagen, sondern was unseren Kunden wirklich ermöglicht, hier produktiv zu arbeiten. Das ist der Kern und alles andere ist, sage ich mal, nebensächlich und im Zweifel sogar stören, sodass wir vieles auch weglassen, was sich natürlich dann am Ende des Tages auch im Preis, den wir an unsere Kunden weitergeben können, widerspiegelt, dass wir also deutlich kostengünstiger fahren als unsere Wettbewerber. Ja, also wir merken, dass diese Einzelbüros sind mit Abstand das beste Produkt, was wir haben. Die funktionieren viel, viel besser als Open Space Tische, denn am Ende des Tages, wenn ich Unternehmer bin und mich auf mein Business konzentrieren will, dann muss ich auch in der Lage sein, mal die Tür zuzumachen und meine Ruhe zu haben. Und genauso muss ich natürlich in der Lage sein, mein Büro auch meinen Bedürfnissen ein Stück weit anzupassen, sei es jetzt was Dekoration angeht oder auch wirklich Funktionalität, wenn ich irgendwie mehr Whiteboards oder nochmal einen Monitor brauche oder wie auch immer. Das heißt, wir sorgen dafür, dass wir erstmal einen relativ hohen Anteil an auch Teambüros oder Einzelbüros in den Spaces haben und die von der Ausstattung her aber auch so gestaltet sind, dass sie noch sehr viel Flexibilität zulassen. Das heißt, die Tische, auch hier sind jetzt keine, also die ganze Einrichtung tritt eigentlich so ein Stück weit in den Hintergrund, geht mit dem Gesamtkonzept auf und der Kunde, also drängt sich nicht so in den Kunden nicht auf. Das heißt, der Kunde hat immer noch die Möglichkeit, eigene Dinge in seinen Büros auch zu realisieren. Sei es jetzt was Kunst an den Wänden angeht oder nochmal einen zusätzlichen Schreibtisch, den er braucht. Wir haben Leute, die sitzen teilweise mit irgendwie sechs, sieben Leuten in einem Büro, was eigentlich für drei, vier Kunden ausgelegt ist, wenn alle da sind, wenn wirklich alle Studis mal kommen oder die ihr Teammeeting haben. Und dann ist immer noch genug Platz. Also es ist nicht so, dass wir dann auch die Büros so knapp ausgelegt sind, dass dann wirklich gar nichts mehr geht. Wo ich bei Room Hero eben ein sehr gutes Gefühl hatte, war, dass man von Anfang an sehr gut verstanden hat, worum es uns geht, was die Werte sind, die wir übermitteln wollen, die hinter unserem Produkt stehen und auch wie unsere Kunden wieder denken. Ich glaube, das ist ganz gut, weil Room Hero ist ja auch, sage ich mal, noch ein jüngeres Unternehmen und konnte sich dadurch einfach auch sehr gut in unsere Situation reinversetzen und irgendwie so dieses Thema, ja, diesen guten oder diesen sehr guten Kompromiss irgendwo auch ein Stück weit zu finden. Denn klar, wir müssen auch auf den Preis schauen, weil unsere Kunden tun das auch. Gleichzeitig hat man aber natürlich auch Ansprüche. Und da war es eben wichtig, auch einen sehr guten, ja, intensiven Austausch im Planungsprozess zu haben und dort viel Zeit zu investieren. Das fand ich auch wirklich hervorragend, dass Room Hero und die Mitarbeiter sich diese Zeit auch genommen haben, um wirklich bis ins letzte Detail das Konzept so rund zu machen, dass es sowohl preislich, aber halt dann auch bei der Ausstattung, bei der Qualität, beim Design, dass alles zusammenpasst, denn jetzt zahlt sich das aus. Jetzt haben wir dieses Konzept entwickelt. Wir sind sehr zufrieden damit, mit dem Ergebnis, wie es geworden ist und sind jetzt eben in der Lage, weil wir uns am Anfang sehr viel Zeit genommen haben, auf beiden Seiten das zu entwickeln, in Zukunft die nächsten Spaces deutlich schneller zu realisieren. Room Hero kannte ich oder ich bin mit Room Hero in Kontakt gekommen, ein bisschen hier so durch dieses Frankfurter Unternehmernetzwerk und ja, da kreuzten sich die Wege halt früher oder später. Bei meinen ersten Spaces habe ich Erfahrungen mit anderen Inneneinrichtern gemacht. Das hat, sage ich mal, gut funktioniert, aber es waren eben noch viele Punkte, wo ich gedacht habe, naja, das ist noch nicht so ideal, da müssen wir eigentlich noch mal was optimieren. Wo ich aber auch gemerkt habe, hier sind irgendwo so ein bisschen die Grenzen von dem, was auf den Seiten der Partner möglich war und ich brauchte aber eigentlich noch jemanden, der so ein bisschen noch so diese berühmte Extra-Meile oder diesen Extra-Schritt mitgeht, um Dinge auch zu realisieren. Und bei Room Hero hatte ich eben von Anfang an das sehr gute Gefühl, dass man sich sehr viel Zeit nimmt auf allen Ebenen des Unternehmens, sei es jetzt im Bereich der Geschäftsführung, aber auch der Architekten, der Planung und so weiter. Also, dass man immer eigentlich das Gefühl hat, dass man mir zuhört, dass man sich genau überlegt, was will ich als Kunde eigentlich, um dann auch dafür ein perfektes Angebot zu schaffen. Und am Ende hat mich eben überzeugt, dieser einmal natürlich der Gesamtprozess, mit wie viel Liebe zum Detail man sich schon im Vorfeld, bevor überhaupt irgendwas unterschrieben war, sich schon über das Konzept Gedanken gemacht hat, wie viel Zeit investiert wurde, um am Ende dann wirklich auch ein hervorragendes Ergebnis zu realisieren. Das waren so ein bisschen die Gründe, warum ich mich für Room Hero natürlich erstmalig entschieden habe. Und dann aber auch die Begleitung während der ganzen Planungszeit, während der Realisierung, regelmäßige Updates. Aber dann, was mich auch extrem überzeugt hat, ist, dass die ganze Phase des Aufbaus, der Montage und so weiter, hat extrem reibungslos funktioniert. Mir ist dann nichts aufgefallen, was irgendwie Probleme gegeben hätte. Und was vor allen Dingen ganz wichtig war, ist, dass meine Ansprechpartner auch mit vor Ort waren und sich persönlich davon überzeugt haben, dass dann am Tag der Montage oder in den Tagen der Montage auch alles perfekt funktioniert. Das ist jetzt wieder so dieses Sleeves-Up-Motto. Ich suche halt Partner, die mir die Möglichkeit geben, mich auf mein Kerngeschäft zu konzentrieren und dass ich mir um andere Dinge keine Sorgen machen muss. Und so einen Partner habe ich hier bei Room Hero gefunden. Denn hier ist es wirklich so, dass im Vorfeld haben wir gemeinsam viel Zeit investiert. Und dann wusste ich und man hat mir auch immer wieder das Gefühl gegeben, dass das Room Hero die Prozesse im Griff hat und ich mir wirklich zu keiner Zeit Sorgen machen musste, dass irgendwas am Ende nicht funktioniert. Also in diesem intensiven Abstimmungsprozess im Vorfeld hat man mir schon ein sehr gutes Gefühl dafür gegeben, wie das Ergebnis am Ende sein wird. Sodass ich also auch wirklich mit einem guten Gewissen diese Investitionsentscheidung treffen konnte. Jetzt, wenn man es natürlich dann mal fertig sieht, ist es eigentlich noch besser, als man es sich vorgestellt hat oder als ich mir zumindest das vorgestellt habe. Ich wusste, dass es super wirken würde, hier auch in der Fläche, aber wenn es dann mal da ist, halt doch nochmal was ganz anderes. Sowohl die Qualität stimmt, als auch das Design. Das passt alles super zusammen. Und Einrichtung ist ja klar, man kann einfach die Möbel zusammenschrauben und dann gehen, aber hier wurde halt wirklich eine fertige Einrichtung übergeben mit liebevoll dekorierten Accessoires, jetzt irgendwie wirklich von der kleinen Toppflanze übers Kissen. Wir haben hinten so Wintergärten, Loungebereiche, die super abgestimmt sind. Also wirklich, wir könnten eigentlich genau so eins zu eins jetzt die Kunden hier reinlassen und das ist einfach ein super Gefühl, dass das alles so geklappt hat und das Ergebnis am Ende dann auch so dasteht. Hier merkt man halt, dass hier wirklich das Ganze bis zum Ende auch realisiert wird und man halt nicht kurz vor Schluss irgendwie stehen bleibt und wir eben die letzten Dinge dann irgendwie doch nochmal selbst machen müssen. Room Hero würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Natürlich nur nicht unseren Wettbewerbern, weil ich denke, dass die Einrichtung hier auf jeden Fall ein großer Marktvorteil auch für uns ist. Mehr kann ich dazu nicht sagen, aber in jedem Bereich, egal ob ich ein Büro einrichten will oder irgendwie das für Wohnungen mache oder so, das Gesamtpaket stimmt. Da sind sehr viele Leute, die ihre Prozesse im Griff haben und wenn man wirklich Interesse daran hat, mit wenig grauen Haaren zu seinem Ergebnis zu kommen, wie man es sich auch wünscht, dann ist Room Hero der richtige Ansprechpartner. Was mir gut gefallen hat, war, dass viele Aufgaben oder viele Fragen, die normalerweise relativ aufwendig sind, damit verbunden sind, Kataloge durchzublättern, zusammensitzen, diskutieren, werden bei Room Hero eigentlich sehr gut durch einen vorbereitenden digitalen Prozess schon abgefangen, sodass relativ früh schon ermittelt werden konnte, was ich mir eigentlich insgesamt grob vorstelle. Die Feinabstimmung ist klar, die muss man in einem persönlichen Gespräch machen, aber man geht einfach und auch der Partner, die Kollegen von Room Hero gehen einfach ganz anders in so ein Gespräch rein, einfach aufgrund dieses Standardprozesses, der für mich als Kunde auch jetzt nicht irgendwie aufwendig oder schwierig oder unangenehm war. Also das hat alles sehr gut funktioniert. Man kommt deutlich schneller und effizienter dann auch zu einem guten Ergebnis und in diesen eigentlichen Prozess rein, wo es dann wirklich um die Wertschöpfung geht. Und auch sonst während der Begleitung hatte ich das Gefühl, dass man hier mit digitalen Methoden sehr gut unterwegs ist. Es wird eigentlich überhaupt kein Papier hin und her geschoben, was mir sehr wichtig ist. Man benutzt digitale Kommunikationswege und digitale Abstimmungsmaßnahmen. Das kommt mir sehr entgegen. Es ist einfach insgesamt deutlich effizienter, als immer alles mit Stift und Papier und persönlich zusammensitzen regeln zu müssen.